Kommander, Kater hier. Es ist absolut lebenswichtig, dass Sie einen Kommando-Bot hier rüberbringen. Vermeiden Sie Ihren Kontakten. Nur genug Zeit, um das Wettbewerb auf dem schnellsten Weg wieder rauszukommen. Es kommt nicht nur auf das Wettbewerb. Also verneuiden Sie keine Taten. Verstärkungen sind eingetroffen. Willkommen zu einem neuen Let's Play zu Commander Conker Remastered. Weiß geklickt. Okay, wir sollen die jetzt wohl alle auslöschen, oder? Die sich überall verstecken. Oh, das ist ja richtig cool hier. Ich hab das gar nicht gesehen, ey. Wenn erledigt, schon dabei. Okay, der kann auch Bomben legen. Das ist ja cool. Verstärkungen sind eingetroffen. Wenn erledigt. Eine Stärkung? Ach, da. Kein Problem. Ah, okay, wir sollen wahrscheinlich da rein, ne? Dass wir hier rüberkommen. Jawohl. Bestätigt. 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 Schon dabei. Hört sich echt. Schon dabei. Hört sich gut an. Kein Problem. Schon dabei. Schon dabei. Kommt nur her. Kein Problem. Äh. Schon dabei. Schon dabei. Schon dabei. Kommt nur her. Äh. Schon dabei. Schon dabei. Oh, was ist das denn? Mission wiederholen. Ja, klar. Verstärkungen sind eingetroffen. Wie wärs mit etwas Rock'n'Roll? Kein Problem. Kein Problem. Alles eine Frage der Spezialisierung. Wird erledigt. Schon dabei. Kein Problem. Kein Problem. Alles eine Frage der Spezialisierung. Kein Problem. Wird erledigt. Schon dabei. Kein Problem. Also wie ein Panzer ist der ja nicht so gut, deswegen frage ich mich, was man hier genau dann weitermachen soll. Kein Problem. Kein Problem. Malõe ich mich jetzt mal ein bisschen hole. Mit wasen. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Man ob das nicht irgendwo arbeiten muss. Kein Problem. Kein Problem. Mein Alex Kumpel. Kein Problem. Keine Problem. In Ordnung. Jawohl, Zahl. In Ordnung. Wie wär's mit etwas Ruckenroll? Schon dabei. Jawohl, Zahl. Ich glaub, wir müssen hier hin. Jawohl, Zahl. Bestätigt. Bestätigt. Jawohl, Zahl. Bestätigt. Wie wär's mit etwas Ruckenroll? Schon dabei. Gucken wir, ob hier noch was ist. Schon dabei. Kein Problem. Wird erledigt. Kein Problem. Kommt nur her. Kein Problem. Schon dabei. Kein Problem. Schon dabei. Kein Problem. Wird erledigt. Das Haus ist völlig unverbindlich. Kommt nur her. Kein Problem. Ein netter Blech auf. Kein Problem. Kein Problem. Okay, da oben ist nichts mehr. Wird erledigt. Schon dabei. Kein Problem. Kommt nur her. Wird erledigt. Schon dabei. Schon dabei. Oh shit, vielleicht hätte ich den nicht angreifen sollen. Wird erledigt. Kein Problem. Schon dabei. Jawohl, Zahl. Breche auf. Ja, Sir. Schon dabei. Jawohl, Zahl. Ach schon. In Ordnung. Breche auf. Bestätigt. Uff. Breche auf. Bestätigt. Mal hier hin. Jawohl, Zahl. Breche auf. Wie wär's mit etwa so einem Problem. Wird erledigt. Kommt noch gar nicht darüber, ne? Kein Problem. Kein Problem. Schon dabei. Kein Problem. So. Dauert nur ein bisschen. Jawohl, Zahl. Breche auf. Das sind so viele, ey. Ja. Kommt nur her. Kein Problem. War doch eine ganz gute Idee, ne? Uff. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwas falsch mache. Okay, den können wir auch so zerstören. Aber ich hab' Glück gehabt, dass ich noch hier das Teil hatte, ne? Dass es nicht kaputt gegangen ist. Dass wir es nicht zerstört haben. Okay, das dauert schon ein bisschen länger, ne? Kommandos. Okay. 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 Kommandos. Feindlicher Soldat. So. Nochmal. Wo ist das? Schon dabei. Kein Problem. Jawohl. Ohohohoho. In Ordnung. Wie wär's mit etwa zurück und erledigt? Schon dabei. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Schon dabei. Das funktioniert jetzt nicht. Kein Problem. Ja. Kein Problem. Ah. Ah. Warte mal. Schon dabei. Werde erledigt. Schon dabei. Kein Problem. Kein Problem. Recher auf. In Ordnung. Jawohl. Recher auf. Wie wär's mit etwas rum und erledigt? Kein Problem. Schon dabei. Jawohl. Recher auf. Jawohl. Recher auf. Noch zwei Stück, ey. Recher auf. Wie wär's mit etwas rücken. Schon dabei. Schon dabei. Schon dabei. Nein, nein, nein. Oh. Jawohl. Recher auf. Recher auf. Wie wär's mit etwas rücken. Kein Problem. Wird erledigt. Dauert auch noch so lange, ne? Und man weiß ja nicht, wie viele Panzer da oben noch sind. Die. Hier gehen wir in den Normaltrunker. Ist der ja mega stark. Aber Panzer. Kann man hier irgendwie nachgucken. Wenn man eben dreiden ist ja nicht, ne? Ich meine, wenn man da einfach reinläuft, dann... Das haben wir ja schon versucht. Kommt nur her. Kein Problem. Kommt nur her. Kein Problem. Ich weiß auch nicht, wie viele hier noch sind, ne? Fünf Panzer haben wir, glaub ich, jetzt schon so erledigt. Fünf Panzer haben wir, glaub ich, jetzt schon so erledigt. Okay, ein bisschen dauert das. Aber jetzt haben wir's geschafft. So... Jetzt wieder rüber. Bestätigt! Wrecht auf! Jawohl. Bestätigt! Bestätigt! Wie wär's mit der FSA? Schon dabei! Schon dabei! Kommt nur her, ein Problem! Wrecht auf! Kannst du den wieder retten müssen? So ist es einfach, ne? Okay das war dumm, das war jetzt richtig dumm, ich hoffe jetzt nicht, dass wir bis hier noch mehr Panzer sind, dann bin ich gearst Schon dabei, schon dabei, schon dabei Kein Problem, kein Problem, das Haus ist völlig unverbindlich Kein Problem, wird erledigt Genau, so steht durch die Explosion, kann ich auch selber starten? Das sah gerade so aus Schon dabei, schon dabei, schon dabei, schon dabei, schon dabei Wenn erledigt, schon dabei Komm ich denn da hoch, hier Schon dabei Ob man hier durch kann, oder ist das hier auch eine Sackgasse Lass mal nachkommen Okay Schon dabei, schon dabei Ich muss jetzt hier draufklicken Ah, okay, da geht es auch noch durch Ja Okay, anscheinend kriegen wir das jetzt auf jeden Fall gebacken Kein Problem, wird erledigt Kein Problem, schon dabei Schon dabei Ich glaube nicht, dass hier Hä, ist er da nicht durch? Muss er jetzt einmal extra rumlaufen Okay, das ist ein bisschen blöd, ne? Schon dabei Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwelche Soldaten oder so sind Aber Schon dabei Zumindest Solange keine Panzer da sind Alles Kein Problem Kein Problem Kein Problem Wird erledigt Einsatzziel erreicht Okay Ach, ich sollte wahrscheinlich nur alle Abwehrtürmer und sowas, ne? Also diese Flugeinrichtung und sowas zerstören Wir haben's geschafft! Okay, Leute Das war's an diesem Part Ich hoffe, es hat euch gefallen Wir sehen uns im nächsten Part wieder Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und bis zum nächsten Mal in der Konga Remastered Tschüss!